Ja, siehste, Capture the Flag hat doch auch was. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir nur noch drei im Gegner, aber dieser Darth Mike, das reicht, wenn der alleine gegen uns spielt. Der kriegt uns trotzdem fertig. Aber das regt mich so auf bei Koolai, hier bei Star Wars. Da hast du mal ein, zwei Runden mit voll oder wenigstens halb voll und dann als nächstes kommt wieder nur Scheiße. Ja, 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 mit ihm gewinnen sie jetzt. Aua, auf mich wurde geschossen! Alter, wie schon die Reaktion schnell der ist! Alter, was geht denn mit denen ab? Hast du gesehen, wie der hier durch die Gegend springt? Mhm. Alter! Das war ein One-Shot. Das war ein One-Shot. Das geht nicht mit der Waffe. Ja, wenn er in die Fresse schießt... Geht's auch nicht. Alter! Voll Reaktion schnell, Alter! Du triffst ihn einmal und ruckzuck... ...und ruckzuck rollen sie sich weg. Ja. Krasser Scheiß, Alter. Wie der abgeht. Das ist bestimmt ein Gamepad-Spieler. Ich hab' ihn! Ich hab' da auf, Mike! Ne, der andere ist noch viel schlimmer hier! Dieser, ähm... ...wis... ...was... ...vicious... ...du ihm... ...vicious... ...vicious... ...wis... ...wissen... ...ach... ... ... ... ... ... ... ... ... Kann man sich so hier lang rollen? Über die Dinger hier rüber? Muss mal ausprobieren. Muss ich doch gar nicht. Muss ich doch gar nicht. Scheiße, Hilfe! Das strapaziert echt mein Nervenkostüm gerade, ne? Ja, jetzt kommen sie da nicht lang. Jetzt kann unser Kollege da in Ruhe langlaufen, eigentlich. Wir haben die Kraft geworgen. Gute Arbeit! Ja, siehst du, hab ich gut gemacht, dass sie nicht langlaufen konnten da. Hm. Alter! Alter, der macht One-Shots! Coolerl. Ach ja, der hat auch Berserker... ...Bracht! Beschützt Sie! Aufpassen! Sturmtrund mit sich! Wir müssen unseren Typen beschützen! Ah, ne, haben wir ja schon tot. Wieso treff ich den nicht? Alter, kostet mich das alles an. Oh, Alter, wie die abgehen, ne? Vor allem, ich treffe den und dann schießt natürlich ein anderer auf mich. So treffe ich den nicht. Alter, kostet mich das alles an. Oh, Alter, wie die abgehen, ne? Vor allem, ich treffe den und dann schießt natürlich ein anderer auf mich. Da ist noch einer. Wieso trifft der so gut? Will der mich verarschen? Alter, ich krieg den nicht kaputt. AIMBOT, alle AIMBOT, ohne AIMBOT kann man es nicht mit mir aufnehmen. Ich meine das alles ernst. Ja, das ist kein Spaß. Aua! 15 zu 2. Reportet den mal. Ich hasse den. Das ist ein Cheater. Womit spring ich? Roll ich mich überhaupt nicht. Alt! Links alt. Du musst aber des... Das geht nur, wenn du nach links und nach rechts drückst. Also A oder D. Nicht, wenn du dabei nach vorne oder hinten läufst. Ne, dann geht das nicht. kranker Typ, Alter. Ja, war nur richtig geil. Die Sturmtruppen haben eine Frachtkiste. Wieso schießt? Wer schießt denn da jetzt? Wir haben die unsere Position. Oh, nee. So, wir haben die Fracht. Das ist wie ein Scheiß. Jetzt kann ich ja auch sprinten. Wir haben die Tücke fallen. Mensch, nehm die Fracht auf jetzt! Ja, jetzt waren sie zu dritt bei uns. Komm runter, sterben wir gleich am Lachflash. Ja, ist doch schön, wenn du Lachflash hast. Das ist ein Kackspiel. Die sind nicht durch die Rass gleich aus, Alter. Ja, aber Enderkid, guck dir das mal an. Wie dieser Vicious Dream und dieser Darth Mike abgehen. Wie die sich rumrollen. Also, ich kann nicht irgendwie über Kisten rüberrollen oder so. Dann bleib ich da mal hängen. Ich kann nur so rollen. So und so. Ich krieg ihn nicht kaputt! Alter! Jetzt kommt dieser Bastard da um die Ecke, ne? Ich glaub's nicht. Himmel Arsch und Zwirn, Alter. Alter, will der mich verarschen? Aus dieser Entfernung hau ich nie jemanden mit diesem Ding kaputt. Du? Ja, weil das Ding gar nicht mehr so weit schießt. Mama Mia, mach ihn fertig, Alba! Geht nicht! One shot! One shot! Always one shot! Jetzt will er erzählen, was du willst, ist doch nicht normal, Alter. Das ist nicht normal. Ne, aber der, dieser Vicious Bastard, äh, der macht immer One shot bei mir! Oh, Alter! Unsere Frachtkiste ist wieder zu Hause! Kannst du gegen ihn angehen, was du willst? Du kriegst nicht kaputt, den Typen. Ne, der trifft auch immer. Alter, was geht denn mit dem ab? Alter, was ist hier los, Coolai? Soll das sein. Also zwei von diesen Überspielern und da sieht man keine Sonne mehr. Ja, ist klar, ist klar, Alter. Ich krieg die nicht tot, ne? Ich hab da dreimal getroffen und der hat keine Energie verloren. Baby! Was?! Habt ihr hier nicht meine ganze Statistik wegen so'n Huren? Ey, ich hab da dreimal aufgeschossen und der hat keine Energie verloren! Ja, weil er sich grad hier eingedeckt hat mit dem Dingspunkt hier. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, es geht um ein kleines Gefecht. Ist das ein Dreckspiel? Ich hab auch keinen Bock auf diese Bastarde. Aber wir führen! Ich will, dass diese Schlank mal verlieren. Das Imperium hat seine Fracht in Sicherheit gebracht. Na, toll. Er ist halt auch keinen Bock mehr. So, wenn ich jetzt nochmal so abscheiße, dann war es das für heute mit Star Wars. Ja, der eine sagt auch schon, fuck gegen Cheetah. Ja, normal ist das auch nicht. Ne, die haben's halt voll drauf. Ich glaub, die können aber nix anderes. Weil ich kann gar nicht so schnell nachdenken. Ich kann gar nicht so schnell reagieren, wie der die Tasten drückt. Wir haben die Fracht. Beschützt dich! Alter! Das geht nicht! Unglaublich! Dieser Bastard rollt da rein, haut mich perfekt mit One-Shot weg. Natürlich perfekt gezielt. Und sofort danach haut er sich eine Bagda-Granate rein. Wir haben die Kraft geworfen. Gute Arbeit! Alter! Den Typen kann man nicht besiegen, ne? Feuer, Helme! Und jetzt können wir hier noch mal bedrehen. Hör's noch ein ins Garten! Ich bin jetzt all das mit mir verdäuchtet. Zaul-Airm! Und von der NDR! Nein! Und seit der NDR! Ihr seid doch immer gut drin! Nein! Hier war einfach so komzentrieren! Schau! Hör's noch? Hör's noch? Die NDR! Oh, das war das ein guck! Die NDR! 9 30 zu 3 das ist harter tobak ja ja doch überall jetzt überall ist es hier rot gerade bin ich auf dem server der menschlich ist noch und von hinten natürlich alter ich glaub es nicht ich glaub es nicht macht das wieder spaß heute vorhin war star wars battlefront geil jetzt ist es der letzte hurensohn scheiße ich sollte immer lieber battlefield spielen alter ich krieg diesen hurensohn nicht kaputt 5 prozent hat er verloren 5 prozent ja alter was geht hier ab jetzt alter das musste jetzt sein das musste jetzt sein ich reg mich gerade so auf über diesen hurensohn 47 zu 3 coolheit das habe ich noch nie erlebt das habe ich noch nie in so einer kleinen map erlebt vor allem er stirbt auch nie ja jetzt kann man sagen ja die bagda granate ja aber die braucht auch normalerweise voll lange bis die aufgeladen ist wieder und immer one shot immer one shot der hat die bagda granate dann hat er glaube ich e 11 blaster gewehr also das war jetzt der andere ja das habe coolheit das habe ich noch nie erlebt alter 50 zu 3 der hat mehr als 10 zu 1 reportet jawoll ich hoffe lange kann ja reportet spieler ansehen ich habe jetzt auch keinen bock mehr ich gucke mir jetzt an wie die hier spielen oder kann ich auch die gegner angucken ich glaube leider nicht 57 zu 3 aber coolheit wenn man so gut spielt was ist man dann für ein mensch was ist man dann für ein mensch keine ahnung kann es dir nicht sagen 58 zu 3 habe ich gerade schlechte laune ich weiß gerade mein computer kaputt zum glück habe ich jetzt 90 kaputt geschaut ich habe hier schon 19 kaputt geschaut